Das heißt eine feine Worte, der Film Big Ben Tower im 3D Puzzle genau so sieht es aus im 3D Puzzle ja so wir machen heute wir machen jetzt weiter die folge wird gleich wie gesagt wird auf jeden fall auch hochgeladen links alles in der video beschreibung dann drin wir ziehen jetzt den restlichen bau durch ihr seht wir haben hier schon mal ein bisschen vorbereitet damit wir dann auch jetzt den Big Ben zum abschluss bringen das heißt ja wir haben dann insgesamt vier folgen und ich glaube nein wir haben drei aufgenommen plus das die vierte heißt wir sind haben vier folgen dann aufgenommen und sind fertig mit dem Big Ben so ich hole den Big Ben hier mal rüber die Teile ja doch so und jetzt brauchen wir die 27 das sind hier diese langen Dinger glaube ich jawohl jetzt wollen wir mal gucken wie das hier funktioniert ich habe keine Ahnung was du möchtest du du möchtest was trinken natürlich darfst du was trinken ich darf da immer ausschalten ne 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 Jetzt machen wir hier erstmal ein paar Ecken dran, ich hoffe das ist so richtig, jetzt muss ich mal selber gucken, ja doch das ist richtig. Und dann war es das auch für heute wieder, denn der kurze muss dann ins Bett und ich werde dann auch gehen. So, einmal, hier bin ich, weißt du fein bist du schon, naja du musst ja hier diese langen Seiten da reinstecken, da bin ich immer noch fett. Oh, jetzt nicht. Ja. Wie gesagt, liebe Leute, ihr dürft ruhig schreiben, haut es einfach rein in den Chat, ich freue mich. Aber das soll auch sein können, da rein. Papa kann da auch schreiben, ja. Das scheint auch. Nein, wir bauen ja. Das tut, aber ich will auch mal sowas haben. Ja, wenn deine Noten in der Schule in Ordnung sind, dann können wir da mal drüber sprechen. Hä? Hä? Wie bitte? Genau, wollte gerade sagen. Wie heißt das richtig? Wie bitte. Was heißt das, wie bitte das meint? Ich habe gesagt, wenn deine Noten in der Schule sind, später können wir da gerne mal drüber sprechen. Meine Note ist immer tut. Nur, dass du noch keine kriegst, ne? Aber Imin hat schon welche. Nee, Imin hat auch noch keine Noten. Der ist ja mit denen einer Klasse. Aber Imin, ich meinte, Imin hat eine Eisbuss letztes Mal getrunken. Seine Note ist viel besser. Vielleicht hat er aber auch nur ein Sternchen bekommen. Nein. Ihr kriegt noch gar keine Noten in der ersten Klasse. Wirklich? Du hast doch keine Noten? Will ich. Ihr kriegt noch keine Noten in der ersten Klasse. Hat er aber schon mal eine Note in der ersten A getrunken? Nein, Papa auch nicht. Mama auch nicht? Nur eine Beurteilung nach dem ersten Ja. Mama auch nicht. So. Das erste haben wir jetzt hier schon mal dran. Jetzt muss man mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ach so, jetzt kommt hier diese 21. Ach so, okay. So. So. Ich hab's schon mal fertig. Alles. Ja. Du musst, jetzt musst du nur das da dran bauen. Und das ist noch viel. Ach, das geht noch. Und das ist wie viel Minute. Na? Ja. So. Das sind 19. Jetzt haben wir das nächste Stück hier. Das sind 19 und das sind 6. Ja. Das sind 6 Minuten Aufnahme. Wir sind aber seit 19 Minuten live, mein Hase. Ja. 20. So, das hier machen wir gleich. Darf ich da mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht? Ja. Äh, gleich 2. Dann müssen wir jetzt mal eben schnell machen. 3, 3. 7 mal 7 sind, 7 mal 7. Genau. Der Lukas stellt euch jetzt mal ein paar Aufgaben. Ein paar Mathe-Aufgaben. Damit das hier noch leicht frisch bleibt. Ja. Was ist 1 plus 1, Leute? Genau. Wer hat die Antwort? Du möchtest eine Antwort? Ja. Mal gucken, ob sie dir die auch geben, ne? Ja. Und dann gibt es eine 6 Minus. Ja. Und dann gibt es eine 6 Minus. Und jetzt stehe ich noch ein Minus auf dabei. So, jetzt müssen wir mal hingucken. Schätze, wo ist denn die 22? 22? Ja, die 22. Ich hab den doch rausgerollt. Nee, hast du nicht. Das sind die Uhren. Das ist die 21. So. Jetzt geh suchen. Und jetzt hast du die 22. Da. Das ist die 22. Ich hab's da. Ich soll da suchen, den. Wohl. Hä? Wer war das denn? So. Mal gucken. Einmal noch nicht. Leute. Okay, wie muss das denn jetzt gedruckt? Also, das kommt auf jeden Fall schon mal. Das ist 7 mal 7, Leute. Oder tippt dann so viel. Oder tippt dann eine 1 Minus. Tippt auch. Oder? Ja, kann sein. Oder eine 1. Oder eine 6. Oder eine 3. Oder eine 4. Oder eine 5. Oder eine 6. Oder eine 7. Oder eine 100. Seht ihr schon. Und 1 Minus. Die, die, die. Aber, aber, hab nicht. Nur 6 Minus. Kann ich mal was gucken? Ja, da ist ein 1. Schneid das hier gerade nicht. 1 plus. Ach so muss das. 1 plus 1. Okay. Nein. 1 plus 1. Ist. Ja, Leute. Jetzt macht doch mal mit. Was ist denn 1 plus 1? Ja. Gibt's doch wohl nicht. Ich stelle euch da ja noch auf der Be. Mensch, Kinder. Mensch, Kinder. Mann, 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 Mann. Habt ihr alle richtig aufgepasst, der Mathe, wa? Ha. Ich aber so. 1 plus 1 gleich 5. So. 2. Seht ihr, wie einfach ist das? 2. Warum 2? 1 plus 1 ist 2. Echt? Ja. Wer hat dir den Blödsinn denn beigebracht? Echt? Mir selber. Ach, du dir selber. Und dann meinst du jetzt den großen Max markieren zu können, dass das richtig ist? Ja. Du heißt ja gar nicht Max, ne? Nee. Ha! Der macht gar nicht den Max. Weißt du wer? Nee. Willst du mal harten? Nee. Hat dem ich dir einen Tipp? Echt? Ja. Du sagst mir, du gibst mir einen Tipp, wer der Max ist? Nee. Nee? Wie heißt mein Name? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass er Rumpelstilzchen heißt. Nein. Hm. Wie viele Versuche habe ich denn, deinen Namen zu erraten? 9. 9. 9. Na, mach mal 3, okay? Okay. Gut. Hm. Lass mich überlegen. Was fällt mein... Ah, ich weiß. Was fällt mein... Ich weiß. Du bist... Aschenputtel. Nein. Was fällt mir da ein L an? Lümmeline! Nein, noch ein Versuch. Ein letzter Versuch. Noch ein Versuch. Ja. Nee, doch nicht. Was fällt mir nochmal ein L an? Was fällt mir da ein L an und dann noch ein... Und dann noch ein C oder ein A oder ein E oder ein I. Wolltest du mich jetzt feiern? Du musst haten! Ah, das ist zu schwer. Hatte doch jetzt. Ich kann das nicht. Was fällt mir da hin? Aber zeigt es ein U oder ein O? U oder ein O? Aber der Name fängt mit einem L an? Ja. Also nicht Lola. Nicht die L... Ah, Lola hatte ich im Kopf. Also Lola nicht? Auch dein Lama heiße ich. Auch nicht. Was fällt mir da noch mit einem Lama? Lamm! Nein! Auch nicht. Meinte ich auch nicht. Dann würde ich sagen... Leopu... Nee. Nein. Leopold! Nein. Wie nein? Dann noch ein Gesuch. Ich kann aber gerade nicht. Hier muss ein kleines Ding in das Loch. Dann mache ich es. Dann bist du fertig. Dann gehst du meinen Namen. Was will noch mit deinem Lama an? Lola. Nein. Nein. Ich bin da nicht mehr auf den Bitten her. So. So. Was fällt doch mit der Lula an? Hab ich doch gerade gesagt? Lola. Nein. Wie nein? Ja sicher, Fängel. Lula. 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 Lula ist schon mal falsch. Okay. Was fällt noch mit der L an? Ich hab keine Ahnung. Lula. Lula. Und dann danach dabei Minus. Aber das hat man nicht. Was dann mit... Was dann mit seiner? Johannes. Johannes. Nein. Heiß ich doch nicht. Nicht? Mit dem ersten. Also Leute. Ihr seht. Wir müssen jetzt beide Kameras hier gerade nehmen. Ne? Hier. Da. Da. Ist der Unterboden. Und da kommt jetzt noch die Spitze drum. So. Vater. Dann sind wir fertig. Und dann ist der Big Ben. So fertig. Ready for take off. Warte. Er ist dann fertig. Warte. Warte. So. Tag. 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 So. Und jetzt wird es lustig. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken hier. So. Kannst du mir mal die Zeit stattgeben? Der Papa muss nämlich jetzt mal eben gucken. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Achso. Dann kommt das da drauf. Aha. Okay. Moment. Also. Turm. Aber was soll das da? Nix mehr. Aber da? Ah. Da kommt jetzt die Uhr hin. Ah. So. So. Dann machen wir die Uhr. Ah. Was wird noch? Warte. Ja. Das andere habe ich hier liegen. Ah. Hier die Rahmen von der Uhr. Hm. Die meinst du, ne? Hm. Wie meinst du das da? Ist das jetzt richtig rum? Das sind. Ist das falsch rum? Richtig rum. Oder? Ich muss. Ja. Doch. Ist richtig. Ja. Das heißt. Das ist. Da hat man. Verwechseln. Aber ist doch da. Da kannst du eigentlich gar nicht vorwechseln. Weil Papa jetzt einfach nur nicht richtig geguckt hat. Aber ist schon richtig. Also der Turm ist fast so hoch wie beide Kameras. Aber wir brauchen fast beide Kameras hier. Guck mal. Wo wir sind. Mit der Kamera. Und guck mal. Ja. Der ist viel zu hoch. Und der ist aber ich viel zu hoch bevor. Ja. Vorm Fernseher kommt der nicht. Warum? Weil der zu hoch ist. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie rum ist denn das Ding? So. Das Ding. Oder? Heißt das eigentlich so? Naja. Das ist die Uhrenverkleidung. Ein Style. Ein Style. Nach. Eins auf die drei. Kein Ernst. Hey. Floppa. Aber. Als fit. Als fit. Ja. Wir sind aber jetzt gleich auch schon am Ende. Denn. Wir sind fertig. Ja. Hi. Hey. 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 Ein bisschen was muss man ja mal machen. Und ein bisschen. So. Natürlich. Ja. Sehr schön. Und du hast alles verpasst. Ja. Ehrlich. Hast alles verpasst. Ja. Wie kannst du nur. Schäm dich. Stell dich in die Ecke. Seht dich. Oder Elefant. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich. Schäm dich Elefant. Schäm dich. So mein Schätzchen. Da ist er. Jetzt haben wir ihn gleich fertig. Das letzte Teil. Jetzt noch. Das letzte Teil. Nicht so laut. Das tut in den Ohren weh mein Hase. Das ist immer öffentlich. Und das allerletzte Teil. Da ist es. Das letzte Teil. Von der Uhr. Luca. Da. Pass auf. Da reinstecken und dann einmal umknicken. Okay. Mhm. Dann machen wir. Papa hält fest. Weiter. Da müssen wir. So. Okay. Super. Bitte. So. Und jetzt müssen wir den nochmal einmal umlegen. Und. Ey. Hahaha. Ist der Trump. Ist der Trump. Ist der Trump. So. Fertig. So. Fertig. Da ist er. Unser. Kleiner. Big Ben. Big Ben. Du am. Wahnsinn. Guckt euch das Biest mal an. So hoch. Wahnsinn. Wie. Der ist höher auf meiner Hand. Ja. Meine Lieben. Wenn euch die Folge gefallen hat. Das Video zum Back Ben. wirklich. Und die ganze Staffel. Dann. Lasst es ruhig in den Kommentaren. Ja. Und. Wir freuen uns auf euch. Und. Eine Sache habe ich noch. Und. Dann. wird der Luki. Euch. Noch. Einmal. Was sagen. Ja. Und zwar. Gehts da. Nämlich. Um. Folgendes. Dort. Oben. Abonnieren. Dort. Die. 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 Genau. So sieht es aus. Wie die sowas hier. Oder. Wie Modellbau. Oder. Farming Simulator. Oder. 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 Ganz. Ganz. Viel. Ich bedanke mich bei euch. Fürs Zuschauen. Ciao. So.